Ja, ein ganz heißes Thema im Augenblick auf dem Markt ist natürlich Camping, Caravan, Wohnwagen, Wohnmobile. Also im Augenblick ein absoluter Boom und wir wollen euch jetzt einfach mal zeigen, wie viele Produkte wir doch haben, damit ihr euren Camper umbauen könnt oder ihr in der Werkstatt für eure Kunden wirklich tolle Produkte verbauen könnt. Genau. Hier fangen wir mal ein Bereich Elektrik. Natürlich braucht man dann auch mal das ein oder andere Relais. Ist natürlich bei uns schön hinterlegt. Im Online-Katalog einfach zu finden. Ihr sucht zum Beispiel auch was, weil ihr braucht eine Zeitverzögerung. Es muss was eingehen nach einem Moment oder auch wieder ausgehen. Da haben wir verschiedene Relais im Programm, auch mit verschiedenen Schaltbildern. Steuergeräte haben wir natürlich auch im Programm. Das heißt, da ist es ja auch so, das können LED-Steuergeräte sein, weil ihr zum Beispiel kein Wohnmobil habt, sondern ein Wohnwagen. Ihr habt LED-Technik verbaut. Das kann aber auch Batterie-Management-Steuergeräte sein. Da kommen wir aber noch zu. Oder natürlich auch ganz einfach im Elektrik-Bereich unseren Mada-Schock. Also Mada-Schutz. Das heißt, ihr habt vorne, wir fahren ins Camping, in die Wallachai, wie du so schön sagst. Ja, in die Wallachai. Und dann stehst du da und natürlich im Wald der Mada freut sich. Neue Kundschaft. Wir können mal wieder was essen. Und da haben wir natürlich auch unsere Mada-Warner. Das zeigen wir euch aber dann auch gleich noch im Detail. Ja, das war der Bereich Elektrik. Natürlich haben wir natürlich extrem viel auch im Bereich Installation. Und wenn man sich im Installationsbereich mal anguckt, was du gerade bei dem Umbau im Caravan oder jetzt hier bei unserem Camper gebraucht hast, Kabel-Durchführungstülle. Wir haben irgendwie eine Bohrung gesetzt. Ja, wir haben sie zwar entgratet, aber dann führen wir das Kabel durch. Hier nochmal den zusätzlichen Schutz durch die Kabel-Durchführungstülle. Dann haben wir hier das, was wir zur Installation natürlich viel brauchen, ein Sortiment mal mit den ganzen Haltern für die Kabelbinder. Da haben wir einmal diese schönen Klebesockel, die hier natürlich auch den Vorteil haben, dass du so um die Ecke kleben kannst und sie sehr haltbar sind. Die Kabelbinder sind mit drin. Wenn man alles verbaut wird, werdet ihr alles brauchen natürlich, wenn man auch viel installiert. Hier im Bereich haben wir dann nochmal unsere Wärmeschrumpfschläuche. Die sind auch mit Innenkleber noch drin. Das heißt, ihr habt dann nochmal den doppelten Schutz. Einmal natürlich der Außenschutz durch den Wärmeschrumpfschlauch. Mit dem Innenkleber ist es dann auch noch mal wassergeschützter. Wenn ihr natürlich auch was im Außenbereich habt, ihr seht jetzt hier, ihr würdet auch mal draußen stehen, die Tür ist offen, ihr habt hier was verbaut. Da kommt vielleicht auch mal ein Spritzwasser hin oder der Nieselring, bevor ihr die Tür zugemacht habt, ist dann aber alles geschützt. Hier haben wir nochmal Sicherung. Den Kasten, so wie ihr ihn habt oder hier seht, haben wir nicht im Programm. Das ist natürlich aber möglich, weil wir haben eine ganze Menge Leerkästen. Das heißt, ihr könnt euch natürlich auch selbst mal was zusammenstellen. Genau. Hier haben wir dann zum Beispiel auch mal Sicherungsautomaten, die man verbauen kann. Das heißt, einmal die sie auslösen. Dann haben wir aber auch noch die mit Handauslöser. Dann haben wir hier drüben auch nochmal unsere Smart-Clo-Sicherung. Ja, die leuchten halt eben, wenn sie defekt sind. Bei den Sicherungsautomaten natürlich schön. Du kannst ja im Endeffekt, wenn du deinen Sicherungskasten hier verbaut hast, wie zu Hause im Haushalt. Du willst irgendwo dran, drückst den Knopf, der Stromkreis ist unterbrochen. Also ganz normal ist ja deine Wohnung in dem Sinn nur mobil. Ja, also dafür sind die natürlich auch optimal. Wir haben jetzt hier oben zum Beispiel mal eine USB-Dose verbaut. Vielleicht gab es doch mal irgendwie eine kurze Sicherung, fliegt raus. Ihr steht ja immer noch in der Wallachai und müsst natürlich gucken, wie komme ich jetzt vorwärts. Entweder Sicherungsautomat oder mit dem Smart-Clo. LED geht an. Ihr wisst, okay, das ist kaputt. Das heißt, ihr wisst, was passiert ist. Wobei du bei dem Sicherungsautomaten noch einen Vorteil hast. Den drückst du wieder rein. Der Stromkreis ist wieder geschlossen. Hast du eine Sicherung dabei in der Wallachai, ist die zweite Frage. Genau. Hier haben wir dann noch, geht es weiter mit unserem Geflechtsschlauch. Da ist es dann auch so, dass wir zum Beispiel, ihr habt eine Kabelbaum gebaut. Den wollt ihr natürlich dann schützen gegen Scheuer, gegen Außeneinwirkung. Gibt es einmal klassisch, wie ihr es kennt, Lose. Haben wir aber auch noch zum Schrumpfen. Das heißt, heiß machen, zieht sich zusammen. Hier drüben haben wir noch mal unser Klettband. Unser Klettband. Da haben wir natürlich hier auch viel installiert, weil wir haben hier bei dem Klettband, wenn wir vernünftige Grundreinigung machen, vernünftige Entfetten, draufkleben. Wir haben hier 30 Kilo auf Abscherung. Also du hast hier auch sehr schnell mal was verbaut, was du wieder lösen musst. In unserem Fall hier war es der Marderschocker, weil er sitzt, wir haben ihn so gesetzt, dass er direkt in einem Scheinwerfer sitzt. Wir müssen ihn wieder lösen, wenn wir mal die Birne oder so wechseln wollen oder den ganzen Scheinwerfer. Dafür ist sowas natürlich optimal. Genau. Dann haben wir hier drüben noch Installationsmaterial. Clipse war ein schönes Thema, direkt bei unserem Umbau hier auch. Ja, wir haben die Umfeldleuchte angebracht, haben natürlich die Kunststoffverkleidung abgemacht. Es hat nicht ein Clips überlebt, wie ihr das ja kennt. Jens hat kurz geschrien. Ganz kurz nur. Wir haben dann über die Originalteilenummer, haben wir dann bei uns im Online-Katalog sofort die passenden Clips gefunden, per Nachtexpress bestellt. Nächsten Morgen waren sie da und wir konnten weiterarbeiten. Es waren auch nur 16 Clips, die kaputt gegangen sind. Dann haben wir hier noch unsere Verbinder. Das heißt, hier haben wir einmal quasi unseren Lötverbinder. Wir haben hier auch viel Quetschverbinder genommen, auch zum Warmmachen. Das heißt, schrumpfen oder hier zum Beispiel beim Lötverbinder natürlich auch den Lötzinn lösen. Da haben wir natürlich auch unseren Burner benutzt. Werkzeuge werden wir euch aber auch im Anschluss auch noch verlinken, was wir so genommen haben, was wir gebraucht haben. Hier haben wir dann nochmal Batterie-Pullklemmen. Bei den Batterie-Pullklemmen haben wir natürlich ein umfassendes Programm. Wir haben uns in diesem Fall mal für diese Quick-Lock-Schelle entschieden. Das heißt also, ich kann sie sehr schnell lösen. Auch wenn der Camper jetzt irgendwo im Winter eingelagert wird oder abgestellt wird, wo ich keine Stromversorgung habe, möchte die Batterie lösen, geht hier sehr schnell. Dann habe ich hier auch gleich die drei Anschlüsse, die wir auch immer schön benutzt haben, wo ich dann meine externen Verbraucher anschließen konnte. Also eine optimale Sache. Was wir auch natürlich in dem Zusammenhang noch erwähnen müssen, sind unsere Isolierbänder. Weil da haben wir auch ein sehr umfangreiches Programm. Wir haben jetzt hier zum Beispiel dieses Filzband verwendet, was du als Scheuer und Kabelschutz gebrauchen kannst. Oder das andere Band, was so richtig seitig ist, füßt sich sehr schön an. Wo du dann praktisch dir selber deinen Kabelbaum mitbauen kannst. Und es sieht aus wie Original, wie OE. Und es hat eine unfassbare Zerreißkraft. Also das sind 240 Nm auf Quadratzentimeter. Also genau. Im unteren Bereich, da ist auch mal so, wo es vielleicht noch ein bisschen robust dazu geht, wenn ihr mal in die Wallachei fahrt, da habt ihr da die Möglichkeit auch, dass alles safe ist. Schalter haben wir jetzt auch noch. Die neuen Rundschalter gibt es jetzt, hier haben wir in Schwarz-Weiß verbaut. Schwarz-Weiß wie unsere Jacke. Wir haben uns für Schwarz entschieden, weil das am besten zu uns passt, das macht schlank. Und dementsprechend haben wir hier die schwarzen Schalter verbaut. Das weitere natürlich Kabel, ein ganz großes Thema. Wir haben jetzt Kabel öfters erwähnt, wie wir sie verbaut haben, aber natürlich das Kabel selber. Einmal Silikonkabel, hofflexibel, auch natürlich an einer Stelle, wo sich vielleicht viel bewegt. Ja, willst du irgendwas an die Tür anschließen? Ja, hast ständig auf, zu, die Tür. Ist natürlich Silikonkabel, auf lange Sicht. Feinadriges Silikonkabel das Optimale. Oder natürlich Plus, Minus, Rot, Schwarz, zweiadrig in eine Hülle gefasst. Alle Farben, wir haben hier 10 Quadrat verbaut, wir haben an dem Camper 16 Quadrat verbaut. Also auch die unterschiedlichsten Kabelquerschnitte haben wir hier. Wie die Anwendung dann ist. Genau. Das haben wir dann natürlich auch angeschlossen in unseren Kabelverbindungsdosen, wie wir sie hier zum Beispiel eine haben als Beispiel. Auch da gibt es sehr, sehr viele in unserem Online-Katalog. Und wir haben die mit Atex-Norm, wir haben die ex-geschützt, wir haben die in der Schutzart IP69K, also ich könnte sie rein theoretisch unter den Camper bauen, in allen Varianten. Genau, genau. Ja, dann haben wir da vorne noch an der Ecke nochmal eine Steckverbindung. Das ist unser Super-Seal, das ist aber auch nur ein Beispiel. Das ist ein Steckgehäusesatz. Da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt vielleicht zwei Verbindungen, die aufeinander stoßen, die ich aber auch wieder lösen möchte, weil ich vielleicht da auch wieder mal dran muss. Das kann einfach von einpolig gehen, das kann bis mehrpolig gehen. In dem Fall haben wir jetzt hier eine vierpolige Variante. Ist natürlich, was ihr Werkzeug braucht oder Entriegler bräuchte dazu, ist auch immer dem Produkt hinterlegt. Steht auch im Online-Katalog darunter, was für eine Zange, was für ein Entriegler. Also Zubehörliste ist da immer gepflegt. Gibt es natürlich dann auch noch mal eins besser mit dem DT-Stecker. Das ist ja dann auch mit der Schutzart, dass es noch wassergeschützter ist. Wir haben hier Schutzart IP67 und bei dem DT-Stecker oder DTM-Stecker hätten wir IP69K. Ja, genau. Und was natürlich auch im Camper nicht fehlen darf, sind diese ganzen Anschlüsse hier. Ja, wir haben hier einmal Zigarettenanzünder-Dose und USB-Anschluss, der natürlich auch die Amperezahl bringt, um zum Beispiel Apple zu laden. Wir haben es dann hier nochmal einen USB-Anschluss, den du irgendwo anschrauben kannst mit einem langen Kabel. Hier als Aufbau, ja, auch nochmal schön zu sehen. Das wäre ja Einbau. Dann haben wir hier unsere Mac-Code, ja, wo wir auch schon sehr, sehr lange im Programm haben. Eine reine Magnet-Steckdose, die halt eben, wenn ich da mal gegen komme, auch mal runterfallen würde, gibt es eine normale Mac-Code und es gibt die Mac-Code Pro. Hier bitte darauf achten, die Mac-Code ist nur mit Magnetverschluss. Die Mac-Code Pro hat zusätzlich zum Magnetverschluss halt eben nochmal eine 45 Grad Verriegelung. Genau. Also, wir sehen hier unwahrscheinlich viele Produkte, die wir auch verbaut haben und würden jetzt natürlich im Abschluss dann nochmal mit der Kamera durch den Bus gehen, würden nochmal zeigen, was wir, wo wir alles verbaut haben und dazu dann auch nochmal einen kurzen Kommentar abgeben. Genau. Ja, hier haben wir jetzt mit unserer Außeneinspeisung praktisch begonnen. Wir haben hier ein Zukaufteil. Wir haben uns für eine ganz kleine Version entschieden, die halt eben nicht viel aufträgt, aber trotzdem die gleiche Funktion hat wie eine große Steckdose. Wir haben dann hier von der Außeneinspeisung natürlich dann den Anschluss auf unser Ladegerät, in diesem Fall 70 Ampere. Und haben hier dann auch nochmal Fremdstartpunkte verbaut, weil wir hier bei diesem Fahrzeug das Problem haben, die Batterie ist hier unten im Fußraum verbaut. Es ist ein Riesenaktiv freizulegen. Wir haben vorne im Motorraum keine extra Anschlüsse, um Starthilfe zu geben oder sonst was. Deswegen haben wir hier zusätzlich nochmal Fremdstartpunkte angeschlossen und dann funktioniert das auch. Ja, hier sehen wir jetzt unseren Marderschocker, den wir ja schon erwähnt haben, den wir verbaut haben. Wenn wir irgendwo mal dann wild campen, bitte hierbei beachten die Vorschriften, die es im jeweiligen Land gibt. Ja, es gibt Länder, wo man wild campen darf, bei uns in Deutschland nicht. Haben wir dann hier den Marderschocker verbaut, damit wir keine ungebetenen Besucher bekommen und wir mit unserem Fahrzeug auch wieder weg können. Hier haben wir ihn so gemacht, weil wir hier, das war der schönste Bereich, wo wir ihn installieren konnten. Wir müssen vielleicht mal an den Scheinwerfer dran, deswegen hier ganz einfach mit Klett, dass wir ihn wieder abnehmen können und können ihn dann anschließend auch wieder dran machen. Das ist halt eben das Optimale, was dieses Klettband hat. So, ist wieder installiert und alles ist gut. Ja, von der Außeneinspeisung, die wir gezeigt haben, sind wir jetzt direkt auf unser Ladegerät gegangen, in diesem Fall unser CS70 mit 70 Ampere. Von dort aus auf die Versorgungsbatterie, die hier hinten verbaut ist, nicht auf die Starterbatterie. Und an der Versorgungsbatterie haben wir jetzt natürlich dann die ganzen Verbraucher angeschlossen. Ist natürlich noch Batteriemanagement verbaut, ja, also haben noch einen Batterietrendschalter drin und einen elektronischen, dass da also nichts passieren kann. Ja, dann sieht man weiterhin hier unsere schönen kleinen verbauten Schalter an der Stelle hingesetzt, wo sie nicht stören. Und natürlich ganz wichtig, ich bin jetzt hier am Campen, ich will hier mal ein bisschen Beleuchtung haben, ich will einladen, ausladen, ich will vielleicht hier einen Tisch hinstellen. Könnte auch einen ausklappen, ja, und dann mache ich ganz einfach meine Umfeldbeleuchtung an und habe das auch hier schön beleuchtet. So, des Weiteren kommen wir jetzt natürlich zu der restlichen Beleuchtung, die wir innen drin verbaut haben. Und dazu würde ich ganz einfach sagen, ich mache innen drin das Spot an und PT erscheint. Genau, jetzt wechseln wir nach drinnen. So, jetzt zeigen wir euch im Bereich Beleuchtung, wir hatten ja die Umfeldleuchte außen, die Innenraumbeleuchtung. Hier haben wir dann unsere Spots in der Decke, die wir miteinander verkabelt haben. Dann auch hier mit den riesen Kabelwege bis hier vorne, auch an den Schalter, wo der Jense eben eingeschaltet hat. Da seht ihr auch, was man dann braucht, ist immer individuell, was möchte ich natürlich haben in meinem Bus, in meinem Wohnanhänger. Hier haben wir dann nochmal unsere Leseleuchte, unseren Schwanenhals, das heißt, hier auch einfach mal an. Am späteren Zeitpunkt wird hier dann noch ein Tisch sein, wo auch Sitzmöglichkeiten sind. Das heißt, ich gehe hier einfach quasi her, kann auch die Lampe mir ein bisschen runterholen. Wenn ich am Laptop zum Beispiel arbeite oder auch einfach mal was lesen möchte, habe ich die Möglichkeit. Dann haben wir hier oben nochmal, also über den Fahrersitzen angebracht, einmal eine Blauleuchte bzw. Weiß. Weiß wäre, ich würde was raussuchen, ich muss was gucken. Blau ist auch was für einen Fahrbetrieb, haben wir auch in unseren WAD-Bussen drin. Wenn man auch mal früh startet oder durch die Nacht fährt, hat man natürlich nochmal so ein bisschen Abwendelicht, wo es natürlich dann nicht so ganz dunkel ist im vorderen Bereich. Des Weiteren haben wir jetzt hier oben auch noch eine Leuchte, die ist hier angeschlossen. Das heißt, auch mit dem Weiß- und dem Blaulicht. Hier ist es dann so, dass die aber nicht, wie die anderen Leuchten, die ich eben gezeigt habe, über die Versorgungsbatterie laufen, sondern die gehen über die Starterbatterie. Das heißt, die ist an das normale Licht angeklemmt. Und dann haben wir jetzt dann noch hier oben, in dem Bereich haben wir nochmal, das wird ja so ein bisschen das Staufach werden, wo ich zum Beispiel auch meine Klamotten oder meine Sachen unterbringe. Und hier ist eine Bewegungsmelderlampe drin. Das heißt, hier seht ihr, ich greife jetzt einfach hier rein und zack, habe ein Licht. Das heißt, da brauche ich gar keinen Schalter extra für oder so. Ich mache einfach die Klappe nachher auf und kann dann hergehen und habe dann hier auf der Seite, habe ich dann quasi ein sehr helles Licht hier drin, wo ich meinen oberen Raum beleuchtet habe. Die Lampe, das kann man dann hier auch sehen, ist dann sehr flach. Das heißt, sie trägt auch überhaupt nicht auf, stört nicht und ist auch schön verbaut. Jetzt hat der Jens ja gesagt, wir haben ja die Außenanspeisung gemacht. Das heißt, hier versorgen wir dann die Versorgungsbatterie. Da haben wir jetzt aber noch zusätzlich einen Wechselrichter eingebaut. Wir wollen ja vielleicht auch aus diesen 12 Volt, die die Batterie hat, wollen wir natürlich auch 230 Volt rausholen. Wir haben natürlich eine Kaffeemaschine, Laptop. Auch autonom bin, dass ich nicht immer die Außeneinspeisung brauche. Dass ich eben auch mal, wie wir so schön gesagt haben, Waldwiese stehe und dann trotzdem 220 Volt Anschluss habe. Genau. Hier unten haben wir dann 600 Watt drin. Das geht noch größer, das geht aber auch kleiner. Das ist immer die Ansprüche, die man hat. In dem Fall hatten wir jetzt hier, da ging es zum Beispiel darum, auf jeden Fall zum Beispiel einen Laptop laden zu können. Dass das dicker ausreichend ist, aber natürlich auch vielleicht ein kleineres Gerät. Wenn natürlich jemand kommt, wir haben auch die größere Maschinen betreiben wollen oder sowas, haben wir natürlich auch entsprechend größere. Ja, des Weiteren haben wir dann natürlich hier noch einiges an Installationsmaterial verlegt. Wir haben zum Beispiel hier nochmal ein Kabel nach hinten mit unseren im Anspann erwähnten Klebesockel mit den Kabelbindern dran. Hier soll irgendwann nochmal eine Außendusche installiert werden. Das heißt, wir haben die Leitung schon mal gelegt. Wir haben auf dieser Seite dann auch nochmal eine Verteiler-Steckdose mit USB, wo wir jetzt hier den Router nochmal eingeschlossen haben. Genau. Ja, und dann haben wir natürlich hier oben auch in dem Bereich haben wir auch nochmal eine USB-Dose. Auch nochmal eine USB-Dose, genau. Und dann haben wir hier innen drin natürlich die ganze Versorgung über einen Sicherungskasten gemacht. Und den zeigen wir dann halt eben jetzt auch nochmal. Genau. Ich mache dir mal die Klappe auf. Genau. Hier können wir dann mal schauen. Da haben wir dann unseren Sicherungskasten. Das heißt, da ist jetzt auch Platz für einen Sicherungsautomat. In diesem Fall haben wir jetzt einfach nur eine Smart-Clo-Sicherung eingebaut. Das heißt, das was ich sagte vorhin, wenn die durchbrennen, geht da eine LED an. Da haben wir jetzt quasi einzeln einmal unsere Leuchten hier mit abgesichert, die wir zusätzlich verbaut haben. Beziehungsweise auch die USB-Dose. Kann ja mal sein, man schließt mal mehr an, wo zu viel ist oder es gab einen kurzen in der Leitung. Und da fliegt mal sowas raus und dann hast du das Problem nicht. Ja, also ihr seht, wir haben ein sehr umfangreiches Programm, um einen Camper umzubauen, um einen Wohnwagen umzubauen. Ihr in der Werkstatt könnt sehr viel anbieten. Was wir jetzt im Abschluss noch machen ist, dass wir aufgrund dessen, dass wir natürlich eine 220 Volt Außeneinspeisung haben, jetzt nochmal zu einem Elektrofachmann fahren, der das alles nochmal überprüft, was die 220 Volt Geschichte macht. Nochmal über einen Fi, dass wir das auch alles richtig installiert haben, das nochmal abnimmt und dann kann der Camper genutzt werden und wir wünschen allen einen schönen Urlaub. Und alles weitere, was ihr noch braucht, was zum Beispiel auch an Werkzeug benutzt wurde oder sowas, das findet ihr gleich unten drunter im Beschreibungstext. Da haben wir das, was wir hier benutzt haben, quasi nochmal hinterlegt.